Ah, perfekt. Ja, okay, das erklärt die ganze Geschichte dann. Mach mal hier hin und du machst mir dann noch so einen blauen Fleck an den Rand. Das ist toll. Okay, prima. Dann, wuuuuh, klonk. Und da können wir dann irgendwie... Hoch. Perfekt. Da müssen wir hin. Exit. Zum Exit. Wenn wir damit Fullspeed rausjumpen, dann könnte das sogar was werden. Das heißt, da holen wir uns erst mit den Orangenen hin. Danach setzen wir uns den Orangenen genau da hin. So, ich frage mich, wie gut das jetzt funktioniert, aber... Jo, perfekt. Ich weiß, ich kenne ihn. Du kennst ihn? Aperture! Psu, 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 psu. Dafür müsst ihr uns nur erlauben, ein paar technische Gimmicks in euch einzupflanzen. Wir setzen euch am Ende auch wieder zusammen. Wie neu. Wie neu. So. Was gibt's jetzt hier zu tun? Da ist das Exit, da müssen wir hin. Und das ist Sprungschanze. Höchstwahrscheinlich können wir am Ende da drüber jumpen, aber... Da können wir Anlauf nehmen, okay. Das heißt, da wollen wir irgendwie unser Orangeneszeug hinholen, bitte. Weil da ist so Weggekennzeichnet und so. Jetzt machen wir da noch hin, bitte. Dankeschön. Außerdem brauchen wir da oben... Oder, warte mal. Hm. Außerdem brauchen wir noch so einen komischen Kasten. Ich mach hier mal, ähm, hin. Wenn ich jetzt da hinsetze, ähm... Hier drauf. Dann... Ah, okay. Da müssen wir irgendwas drauflegen. Und da muss da höchstwahrscheinlich dieses blaue Gel drauf, damit wir, ähm, draufjumpen können. Aber bevor wir das Ding umdrehen, müssen wir wohl das blaue Gel, würde ich fast sagen, ähm... Ähm, eigentlich wollte ich hier hin. Lass mich mal dahin zurück, bitte. Danke. So, ähm... Da, äh, blaues Gel bitte dran machen. Das bleibt hoffentlich dann dran, wenn wir das Ding umdrehen. Und wir brauchen den Kubus von da oben, so wie es aussieht. Wie kommen wir da hoch? Ey, wie kommen wir da hoch? Mal schauen. Kann ich da irgendwas dran setzen? Nö. Kann ich nicht. Allerdings... Ham. Ham, ham, ham. Da müssen wir irgendwie hoch. Irgendwie. Betonung liegt auf irgendwie, leider. Da oben drauf vielleicht irgendwie? Ich mach da hinten mal noch so ein bisschen, äh, Schnelligkeitsgel drauf. Komm schon. Komm schon. Danke. Okay. So. Das da hinten bringt uns zwar noch relativ wenig. Allerdings, ähm... Müssen wir irgendwie zu diesem Kubus-Center kommen. Na, wie macht man das? Können wir da irgendwie... Ah. Ah. Aha. Perfekt. Kubus, du bist meiiin. Nein. Ah, okay. Da muss, glaube ich, auch noch irgendwelcher Gel drauf. Kann das sein? Wenn wir da oben Gel haben wollen, dann machen wir jetzt hier noch so ein, äh, Dingensinn. Komm schon. Perfekt. Geht doch. Das heißt, wir nehmen Anlauf, gehen hinein, hüpfen zu unserem Kubus. Cool. Diese Rätsel sind der Hammer. Das ist einfach nur geil. Nichts für ungut, wenn ich das, dieses G-Wort in den Mund nehme, aber das ist geil. Das ist einfach nur geil. So. Wir haben den Kubus. Wir haben das da schon entsprechend nass gemacht mit dem blauen Zeug. Jo, da können wir wahrscheinlich dann drüber hüpfen. So, lass mich mal da hin, bitte. Kubus, du gehst hier drauf. Perfekt. Jetzt, ähm, haben wir das Rätsel eigentlich so gut wie geschafft. Wir müssen hier einen hinmachen. Und, ähm, da oben muss vor allem einer sein. Ja, genau da. Und wenn ich jetzt erstmal da den blauen hin mache, okay, mache ich jetzt hier den blauen hin. Und, ich nehme Anlauf. So, dann gib mal her. Wuuu, Geronimo. Bei Interesse haben wir immer noch Plätze frei für das gerade erwähnte Bonusprogramm. Wie gesagt, ihr müsst uns nur erlauben, euch auseinanderzunehmen. Wir pfuschen hier nicht um. Wir wissen, wie man einen Menschen wieder zusammensetzt. So, so. Eine komplette Rundum-Erneuerung. Aus Alt macht neu. Außerdem entfernen wir alle Tumore. Im Grunde müsstet ihr uns... So, so. So, ich trinke mal kurz während dem Ladebildschirm einen Schluck. So, perfekt. Aperture, weiter geht's. Lados, du musst mehr reden. Ich will Dialoge. Vielen Dank. Ich kann nicht glauben, dass ich mich bei denen bedanke. Für eure tapfere Bereitschaft, unser Rückstoßgeld zu testen. Ihr habt der Gesellschaft einen überaus großen Dienst erwiesen. Und die Menschheit wird euch dafür dankbar sein. Bitte nimm eurer persönlichen Gegenstände wieder mit. Alte Zeitungen und Einkaufswagen sollen hier nicht die Gänge verschaffen. Für viele von euch sind 60 Dollar sicher ein ungeahntes Vermögen. Aber gebt nicht gleich alles aus für... Carolyn, was kaufen sich diese Leute so? Schuhe ohne Sohlen? Bartläuse? Carolyn, vorher hat GLaDOS geantwortet. Sag mal. War die vorher diese Carolyn? All farms must be filled out allegedly and completely before eligible a received payment of 60 Dollar. Alter. Eligible payment of 60 Dollar. Elevator to surface. Ich würde hier gern durch jetzt zu diesem blöden Aufzug. Das ist auch noch ein Gitter, wo ich Portale durchschießen kann. Aber nein, keine weiße Wand. Notice. Please excuse the inconvenience. This elevator is out of service until... Ja. Until nix. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder da hoch, ey. Das ist so frustrierend. Ich will zum Elevator to surface. Also zum Aufzug zur Oberfläche, zu deutsch. Aber nein. So. Wo geht's denn hier wieder hin? Da oben ist das nächste Testgebiet. Waaah. 1982? Ist das die Jahresteile, wo das hier gemacht wurde, oder was? Und wieso sehen die Wände hier so zugemauert aus? Vielleicht, weil sie zugemauert sind. Caroline. Caroline. Wer ist? Kenne ich die Frau? Habe ich sie getötet? Oder? Oh Gott. Weißt du? Ja, ganz toll. Hältst du es eine Weile ohne mich aus? Ich muss nachdenken. Ne, tue ich nicht. Pumpstation Gamma. Was ist denn das Zeug, was da jetzt, äh, als drittes noch rausgeschossen wird? Ha, ha, ha. Pumpstation Gamma. Ja, dann mach ich mal alle an hier. Na, schauen, was jetzt passiert. Ähm. Das war äußerst unklug. Ich hätte da ein Portal hinsetzen sollen. Ah, was bin ich auch für ein Held. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich hab sie gerade alle umgelegt. Und. Portal, Portal. So, ähm. Was zur Hölle ist hier los? Was macht das weiße Zeug überhaupt? Das weiße Zeug macht, dass ich Portale setzen kann, oder wie? Wow, das ist cool. Da oben ist auch was. Jetzt bin ich mal da drauf. Jetzt kann ich mich da hochdobseln lassen. Cool. Doing. Wow. Und hier oben wurde die Beschleunigung schon, ähm. Den kann ich natürlich kein Portal hinsetzen, ist klar. Lass mich durch. Wuhuuu. Jo, ich musste alle drei aktivieren, sonst wäre ich hier nicht durchgekommen. Ach, Vogel, töte das Misty. Wer ist der? Gut, für ihn. Also weiterdenken. Ähm. Okay. Ah, ich verstehe. Äh, ich verstehe. Portal. Komm, macht mal. Dankeschön. Wuhuuu. Ich liebe diese Sprünge, die sind cool. Willkommen im Enrichment Center. Seit die Teilnahme an Tests für alle Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testobjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testobjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Pfennigfuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mehr leisten, wenn es 7 Dollar kostet, nur geschweigert 70 Millionen. Haben's trotzdem gekauft. Haben's gemahlen und zu Geld vermischt. Und weißt du was? Gemahne Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. So, so. Ich wäre dir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztabletten. Ist der krepiert dran oder was? Robots don't sleep and they can test and do your job. So, so. So, so. Das heißt, die Roboter wurden wohl im Endeffekt dann benutzt. Und ich hab hier gerade die Tür geöffnet. Hurra. Dann tun wir das mal. Aperture Science. Let's work together. Roboter und Mensch. So, so. Oder zumindest aussehen wie ein Roboter. Please do not test if you are allergic to lunar sediment and or starch. Ähm. Wir sind nicht. Äh. Ich mein, wir sind höchstwahrscheinlich allergisch gegen den Mist, wenn Cave Johnson auch todkrank wurde dadurch. Äh. Oh man, ey. So ein Dreck. So. So, 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 so. So. Auf nach oben. Auf nach oben. Auf nach, nach oben. Komm schon. Fahr. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder so blöde Tests mit, äh, mit Portalleiterflüssigkeit. Ich will Story weiter mit Reetlay und so weiter. Da kommt, ähm. Naja, das weiste Zeug sieht aus wie, ich möchte ja nicht, äh, irgendwas behaupten. Aber, ja. Ah, wir sind allergisch dagegen. Egal. Passiert doch nix, passiert doch nix. Ähm. 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 Wenn wir uns da mit einkleisten, dann können wir Portale auf uns selbst machen. Das ist doch irgendwie krank. So, ähm. Ich würde gerne ein Portal irgendwo hin machen. Irgendwo. Da kann ich natürlich eins hin machen. Bin ich da oben? Ne, kann ich nicht. Wo ist hier was Weißes zum Portal machen? Komm. Irgendwo. Da unten? Da unten irgendwo. Da drin? Nö. Hier hinten? Hm? Nö. Wo soll ich mein Portal hinsetzen? Ah, ja. Dummheit. Ja, mach mal bitte, ähm. Hahaha. Ist das cool. Mach mal bitte alles, äh, Weiß. Komm, schau.